ja du bekommst likes von mir bleibt die anderen ok bist du jetzt live ja 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 ich habe auch bei die glocke aktiviert wie ein scheiß hat gegeben wie kann es mir ein scheiß hat sich geben im business live doch wie meinst du also so ist es zu tun wo ich bin ich guck aber nicht egal kann es mal zwei zuschauer läuft warte mal ich guck auf mein handy bro wo steht da wie viele zuschauer bei mich sind gerade zwei zuschauer ich will mich nicht gut leute wenn ich mir schon zu guckt dann könnt ihr mir aber auch ein zoller ich würde mich besser sagen ich würde einfach nur bumm sagen ob er hat ich weiß nicht was du weißt nicht was er los da weiß nicht was wir haben es ist ja für menschen aber aber ist gut ich habe vergessen hat er geschrieben also nichts gegen ihn oder so aber er ist lost er weiß nicht was für ein handy er hat reis wenn du das gerade hörst dann sag richte wir kommen selber aus fragt deine eltern was für ein handy du hast ein guter pass ich meine alex wir gehen aber auch gleich auf und spiel voll geil ja man kann den stream nicht leiden aber ihr könnt mir wenigstens folgen ja ich habe nur einen follower das bist du was auf twitch kann man den stream nicht liken wie viele follower hast du alex einen das will ich ändern aber bei ihm will niemand folgen alter guter pass hat schon 17 follower aber ich wollte mir eigentlich nicht ich habe mich nicht ich stehe mir auch auf dem kopf er stand auf meinem kopf und er konnte nicht schießen ich habe es gesehen Ey Flo sag mal ja dass er soll abonnieren hat Flo eigentlich schon abonniert ich glaube schon ist so überhaupt noch drin ja klar das ist mein moderator da bleibt immer drinnen wenn ich gleich bin wirklich aber macht ja auch noch was wären das nur schaut er nur zu er hatte ich muss nur kurz gucken ja auch gerade aber er hat nebenbei sein laptop laufen oder so und hört mich ja auch also wenn ich irgendwie so wenn er sagt er zockt nebenbei hat er gesagt ich will eine waffe nehmen ich bin von amerikaner und hier habe ich glaube habe ich nicht schon gemerkt aber egal ja weil er mich dann noch ich brauche minis ich brauche oder wir uns beginn amerikaner ich brauche gleich noch mal mini für das so weiter geht hier wurden schon hier nach 198 erst mal das riecht nach apfel ein wix geburten alles wir müssen da zusammen rein ab hier von oben wir für ihn dürfen wir kennen damit schnell bekommen und wenn du kannst ja auch zu edizieren und konzentriere dich gefällt denn sonst passiert genau darf ich bin auch fußballer aber du bist einfach dein maul tobi ja ich habe zuschauer ja nicht so wie du ja ich habe einen stream kanal ja ich habe ja nicht so wie du ja ich habe es gehe ja ich habe ja beleidige einfach nicht ja so ihr beide kommt jetzt in unsere base ich habe ein guter paar ich dann alle zu werden hier bleiben wenn ihr nicht kommt am schluss dann geht halt man hat ja alles kaputt man bitte war die schon wieder das oder ja du hast von da und ich von mir okay alles ja weißt du ich hiele mich aber weißt du wie und kippt ja aber trotzdem zu bekommen und das kann ich den 0 ich bin kein kekker na ja möglich fragt junge charlotte hat mich seit drei jahren angeschrieben und hat mich gefragt was ich mache junge die gleich in die presse haben oder nicht blocken alles was soll ich sagen sagt einfach ich hätte ich hätte was sagt ihr einfach fix dich einfach ich finde ich mein leben wir hoffen ich bin weg zusatz nehme ich meine hände nicht in die hand damit sie das nicht wissen wird und irgendwann werde ich sie haben sie blocken und sie löschen und sie hacken ich kaufe extra hacks für sie aber nur für sie damit sie nie wieder an ihr handy kann nur für sie ist doch was nettes oder nur für sie jetzt block sie einfach direkt und durch ihre nummer ja 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 aber weißt du was sie weißt du was du hier davor noch schreiben sollst geht sterben ja aber ich guck mal meine hp an guck mal meine hp an ja ich guck mal meine an jetzt hat sie mir noch ein fragezeichen geschickt ich weiß was ich hier schreibe ich bin schnau ja ja toll jetzt haben sie sich geheilt danke tobias danke was ich glaube netten habe ich da ja 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 und ja ja und du sagst mir irgendwas von spray nicht rein und du mit deiner dumm blöden sturmgewehr zeugs was auch immer das für eine kotz waffe ist spams durchs geld rein weißt du sagst du mir noch einmal irgendwas von sparen ich dich ich habe hier geschrieben die schicken ihr lächelnde mode junge wg ist pervers schalte einfach auf angst okay warum sehen wir nicht aber um ich war ja das ist übrigens hier sind wir alles zugebaut und jetzt gar kein platz mehr ist voll geil irgendwie so zu halten ja ja das sind das gibt es sein dann ist an der scheiße von wem wir sind scheiße guter passt richtig und verlieren ja er war mega er hat die welt verlassen er ist dauer geworden guck mal wie schlecht guter pass einfach nur er hat nun 23 kills 53 was ich habe weg zu 30 kills ja aber was du hast 23 du hast ja auch einer verlassen ja du hast aber auch einmal verlassen insgesamt hast du 23 und schlechte warte mal und wir haben drei war ein ganzes ich habe ich bin jetzt im stream abonniere und abonniere und abonniere die glocke wenn die weitere videos nicht verpassen dann abonniert meinen kanal so bleibt die mache da kommt einer nachricht bei euch mit abonniere mich und so oder so egal Heißt doch, Lucy bei El Yusef. Wird zwar keiner wissen, aber egal. Kommt von Romana. Hey, Flo, lösch mal die Nachricht, die Jannis geschrieben hat, weil er löscht das einfach. Wo? Ey, Admir, du bist so, Junge. Kommt, Alex. Du Knecht, Junge, jede Kecken, Junge. Ja, ich bin der Hobby-Lunge. Warte, das ist ja eine Frau. Der Hobby-Lunge. Ein Frauen-Skin. Junge! Alex, komm einfach kurz mit. Alex, komm einfach. Oh, warte. Du keck, fasst meine Freundin an. Spaß. Ja, was ist das für eine Scheiß-Mörder-Mystery-Remap? Alex gibt ein Leben auf. Okay, jetzt komm, Alex, komm in die Mörder-Mystery-Remap. Du hast nichts zu sehen. Alter, ich muss beobachten und Alex auch, Junge. Keine Ahnung. Was ist das für eine Scheiß-Mörder-Mystery? Was? Das ist Height and Seed, glaube ich. Egal, Height and Seed geht auch. Was, einer muss Team wechseln. Ich wechseln. Ich wechseln Team. Ich wechseln Team. Ich wechseln Team. Politika Masala? Was müssen wir jetzt machen? Das ist Dings. Wird dann ausgelobt, wer Mörder ist? Oder wie? Also, einer muss eine Diegel-Tasch stellen. Also, glaube ich. Ich glaube, dass die... Also, einer muss eine Diegel-Tasch stellen. Ey, geht alles selbst. Scheiße, ich guck an andere. Nein! Nein! Nöp. Komm schon. Mörder, musst du mördern! Nö, er ist Mörder! Nö, er ist Mörder! Mörder, musst du ja nab. Info. Mörder, musst du ja nab. Ey, hattet ihr auch nen Tag im Eventar? Nö. vollgeist mit Alex. Wer aus bist du? Tschö, Junge, ich hab den ganzen paar Ficken. Woher komme ich? Ey, nee, verlass mich, bleib drin, Alter. Nee. Ich hab keinen Bock. Alex, wollen wir jetzt? Okay, in turn, hab du mit Hardgeist. Vorreis? Ey, komm, glaube ich, wir nehmen alle vollgeist. Ey, nehmt alle Brotus, ey, was für Brotus? Ey, nehmt alle die Banane. Aber eben so, die ich hab. Wir nehmen keinen Bergkling. Und die... Warte doch, ich hab nicht mal die scheiß Banane ausgewählt. Ja, ich hab die Banane. Wir nehmen die Standard-Spitzsacke. Nicht die, äh, normale. Die hinausgespitzsacke. Wir nehmen die Standard-Spitzsacke. Oh, nein. Nimm doch einfach. Liam hat sie nicht. Er spielt auf PC. Ja, okay. Und rückenachstuhr anscheide ich. Keine. Doch. Rückenachstuhr hat das hier. Das hier habt ihr bestimmt. Warte, ich kann's mal irgendwie in den Tannen. Seht ihr das? Ja, okay, seht ihr's. Das heißt, geschenkt. Nimmt alle, was wir gerade haben, aber wenig geschenkt. Weil der... Die Banane ist viel zu fett, das andere anders geht. Nein. Die Banane. Ey. In welchem... Welch, äh... Oh, ich weiß, ne? Oh, ich spitzsacke. Nose, in spitzsacke. Die Banane ist normal nicht. Dann ja, von euch die hier. Na, ja, aber nee. Wir behalten jetzt Banane. Ähm, kein Rückenachstuhr, ne? Äh, doch, doch, doch. Welches? Äh, dieses... Geschenkschild. Guck mal bei meinem Tanz. Da siehst du das. Ey, alle sind die gleichen wie uns, den Anzug. Nimm den gleichen Stil wie wir. Ey, Liam, schreib du auf PC, weil Liam's wieder für sehr kann schneller machen. Erschreibt den Code. Weil Liam's wieder für sehr kann schneller machen. Ähm, den Rücken... Warte, auf den Rücken... Rückenachstuhr an das hier, guck. Ey, aber kennt ihr die Map? Malst du, ähm, ELF-Schild? Ey, ich sag jetzt alles, was du malst, ja? Geschenkschild heißt das. Geschenkschild. Ja, da guck, guck bei mir, guck bei mir. Hier, das Schild. Welche Farbe ist das? Grün und hat, äh, Schleife. Ah, das hat blau, das hat blau, das hat blau, das hat blau. Also... Oh, da hast du die scheiße Herausforderung nicht gemacht. Ja, ich hab sie nicht. Aber da kommt auch gar nichts, nimm ein anderes Schild, alter. Nimm irgendwas anderes. Hat einer... Nimm, das sieht fast gleich aus, bitte. Hat jemand von euch... Nimm alles einfach die Katana. Ja, okay, die Katana. Und Spitzsackel halt normalen Ausgangspitzsackel. Aber kein OG-Ausgangspitzsackel. Okay, drückt alle bereit. Elia, ich sag dir den Code, du schreibst auf. Ähm... Ah, warte, warte, stopp, stopp, stopp. Elia hat gesagt, macht euch alle anonymen. Was? Macht euch alle anonymen. Ach ja, aber nee, man sieht das trotzdem, den Namen. Dann macht alle den Chat aus. Wie geht das? Ähm, aufs Spiel? Nee. Warte, aufs Spiel? Auf, ähm... Benutzeroberfläche im Spiel. Warte, warte. Dann... Ja? ...musst du... Eliminierungsnachrichten... Nee, 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 warte, sag ich nochmal. Doch, Eliminierungsnachrichten... Eliminierungsnachrichten... Ja, ja, das musst du. Und noch Chat müssen wir ausmachen. Oder ist das der Chat? Ja, du musst nur Eliminierungs... Keine Ahnung. Und dann auf Anwenden. Also dann Dreieck. Ihr müsst auch anwenden. Das dürft ihr nicht verhalten. Lian, mach du's auch. Geh auf Einstellung, geh auf das dritte da, so ein Bild. Geh nach unten, geh auf Eliminierungsbenachrichtigung, mach's aus. Wenn du's schon... Ja, hab ich. Okay, macht alle bereit. Wartet kurz. Guck mal, ich sag jetzt alles, was... Hab ich schon... Mal raus. Ey, ich sag euch jetzt, was das ist für eine Map. Der Sheriff hat eine Diegel, der Mörder hat Doppelpump... Und Sniper. Der Innocent hat nur ein Bandage. Okay. Ist das so eine Map in einem Schacht? Wir sind irgendwo so drin, da ist Lava und so. Ach, in einem Minenschacht? Ja. Du weißt doch. Da haben wir doch mal schon gezockt zusammen. Da haben wir mal durchs. Der Sheriff hat eine Diegel, der Mörder hat Doppelpump und Sniper. Ja, wir kennen das guter Paar. Ja, aber vielleicht liegen wir nicht. Okay, Liam... Doch, das haben wir schon zweieinhalb Mal zusammengezockt. Liam, geh du den Code schreien. Warte, ich sag's dir. Warte. Ich geh mal kurz auf YouTube, warte. Ich hab schon das vier da genommen, warte. Warte ab. I need you one. 9, 3. 0, 0. 7, 9. 2, 0. 6, 8. 7, 8. Okay, er hat es. Oh, das ist jetzt schwer. Guck mal. Er hat ja kein Headset. Er kann nicht Ja sagen oder so. Huh, zum Glück, Alter. Er hat halt kein Headset. Lass es machen, wir dürfen nicht reden, okay? Okay, komm. Nee, doch, wir dürfen reden. Nee, nee. Ähm, wenn wir tot sind, müssen wir uns unserem Headset stimmen, ja? Ja, meinte ich, ja, meinte ich, ja. Okay. Hä? Einer ist tot. Einer muss zuschauen. Hallo, mach's Spiel beenden. Oh, ich guck zu. Mach's Spiel beenden, mach's Spiel beenden. Wer war ein Junge zu für ein Morgens gespielt? Wer war ein Mörder? Ich bin ein Impostor. Ich bin ein Impostor. What are you looking to and the Impostor? Oh, oh, make you sass, yeah? Why are you blaming me? It's to feel me saving me? So, ich bin innocent. Run from the murder. Ich bin auch innocent. Und, okay, was willst du? Junge. Warte, kann ich Pickaxe damage machen? Nein, nein. Let's mal stehen. Geht nicht. Ich bin ein Impostor. Ey! Ey, nein! Wie, wo bist du? Scheiße! Du hast was, Tobias! Tobias, hilf! Ey, ey, soll ich doch sagen, wenn der Sheriff den falschen tötet, dann wird der Sheriff auch sterben. Was? Ey, Leute, das klappt irgendwie nicht. Wenn einer Sheriff den falschen tötet, der innocent ist, dann wird der auch, äh, dings tot. Wir machen so, wenn jemand, wenn jemand abgeschossen wird, man darf nicht schreien, man darf nicht reagieren. Ey, Vosho, schaut drei Leute mir zu. Ja, ja. Ja, okay, okay. Nicht so wie du gerade halb. Hey, Vosho, schaut drei mir zu. Okay, hi. Hey, mir schauen drei Leute zu. Mir schauen auch drei Leute zu. Ja, egal. Ey, ich hab seine Waffe gesehen. Ich hab seine Waffe gesehen. Bei mir ist der Waffe. Ja, ich bin Detective. Wer ist Detective? Tobias. Tobias? Okay. Wo ist der andere? Keine Ahnung, Alter. Wer bist du hier? Ich bin hier, ich bin hier Wahl. Ich bin hier Wahl. Ich bin Alex. Ich bin hier Wahl. Bist du der? Ja, ich bin hier. Okay, ein kleiner Test. Was? Äh, nicht. Nein, ich bin hier Wahl. Ich bin Wahl. Lass mal die umsuchen gehen. Ich bin Wahl. Lass mal die umsuchen gehen, kommt. Ey, bleibt alle zusammen. Sticker. Ich hab, ich muss ehrlich sein, ich hab Angst vor Alex. Hä? Jungen, wo ist das Liam? Bei mir. Ich laufe dir hinterher, Tobias. Wo seid ihr? Kommt doch mal da, wo wir uns vorn getroffen haben. Ich hab mich verlaufen. Wir sind oben, wir sind oben, wir sind oben. Ich und er. Okay, wir kommen gerade runter. Ich weiß nicht, was hier jetzt ist und danach von hinten kommt. Ja, ich bin hinten. Wer bist du? Ich bin Alex. Alex vertraue ich, guter Pass, eher weniger und Liam gar nicht. Ich auch nicht, weil er ist die ganze Zeit weg. Ja, ja. Vielleicht snabbt er oder so. Oder vielleicht ist er sein Internet. Nein. Vielleicht snabbt er gerade auf uns. Wo seid ihr? Irgendeiner von euch ist, ich glaube, es ist einer von euch beiden oder Liam. Ich denke, es ist Liam. Ich denke, es ist Alex, 100%. Wer ist das bei mir? Ich bin Alex hier. Okay. Alex, komm hier runter. Es war schwer. Komm mal mit, ich muss euch zeigen. Du warst ein echt guter Freund. Nein, bring mich nicht um. Okay. Ich hab nichts gemacht. Wer ist bei mir? Ich. Komm zu mir. Ich komm hier nicht hoch, ich bin zu dumm. Ey, wer ist von euch draußen? Ich kann bei den Gini's gehen Liam suchen. Wer ist von euch draußen? Kann sein, dass Liam es ist. Ah! Was schießt ihr? Tobias schießt! Liam, habt ihr gesagt. Wenn es Liam nicht ist, fällt das ab. Was ist das so? Alex? Ja? Ich hasse dich. Warum? Warum? Du hast irgendwie gekauft, wenn du fast. So ehrenlos, ne? Du darfst nicht mehr reden, dein Junge, du Esel. Das stimmt. Man darf noch den Tod nicht mehr reden. Und wenn man abgeschossen wird, darf man nicht schreien. Ich wurde abgeschossen. Tobias war doch irgendwann. Es ist ja, das habe ich auch gemacht. Es tut mir leid. Du darfst nicht mehr reden. Wim posten. Ich bin Indokritus. Ich bin Indokritus. Äh, ich bin Indokritus. Äh, ich bin Indokritus. Ich bin Indokritus, wer gibt es? Was ist es bei mir? Ich bin Indokritus. ich habe schüsse gehört so wer ist es leider ein oder 30 gehalten ich habe jetzt nicht wieder reden ich habe schlüsse aus der richtung gehört wusste ok tobias ist tot oder irgendwer ist tot und habe dann einfach auf guter pass geschossen ja das kann ja jetzt ich bin hier hier bin ich wer ist das hier es ist liam nein das hier ist alex ich bin alex hier ok hier ist tobias der hat dich jetzt äh was ich will weg hier tschüss ich bin es guter pass ich bin es nicht lasst mich in ruhe tötet guter pass tötet guter pass ja ich bin es nicht hey du bist es hey nein sorry wer ist das wer ist das bist du ich war gerade bei dir ok ok wer ist das hier ich bin ein guter pass ok 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 es ist eine Banane warum warum das ist ein random warst du gepostet warst du mörder ja es ist so random shit aber jetzt wirklich nicht rum schreien ok es ist so ein shit ihr killt mich rinder bestimmt ihr wolltet mich nicht mal killt ihr schießt einfach irgendwo was seid ihr für kacke detektivii wenn ihr nicht mal nen plan habt ihr schießt einfach in die menge wer verfolgt mich hier hallo wer verfolgt mich hier du kleiner wo willst du fängern oder was aber auch weiter ja 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 komm einfach hm 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 oh mein gott ihr werdet mich hier nie finden wo ich bin wem kann ich vertrauen von euch wer ist das 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 wem von euch kann ich vertrauen wer bist du ich müsste banan komm mal mit ich weiß ich kenne versteckt du keck zeig ich kenne den versteckt du keck das versteckt kein jeder was glaubst du teckte habt ihr gesehen da kann man reingehen ich kenne den versteckt ich kenne den versteckt als ob du das warst als ob du das warst als ob du das warst wie ein random kill wer hat mich gerade gekillt Liam glaube ich ich bin bin innocent geht weg ich bin innocent ich bin innocent er ist es er ist es nein nein ich mein's ernst ich bin's nicht nein bruder geh weg von mir ich weiß nicht was probier geht niemals da hoch sonst steckt die da fest ich geht niemals da hoch alter sonst steckt die fest da könnten wir euch stürzen jetzt geht nicht da hoch alter wer ist das hier bei mir ich bin von euch abgehauen ich will nicht mehr den schwänger ich gerade was warst du da was warst du da das hört auf auf meine abgäu ich war der mörder du keck ich war der mörder du keck wer war der mörder ich du keck ein glück dass ich nicht guter fass geschwängert habe ein glück dass ich mich deine mutter geschwängert habe ok ich bin ich bin ja innocent ich auch einfach schwingen bei mir ist der mörder ja der gab es auch was ist bei mir ist der mörder irgendwer hat die sache rausgeholt ich habe es nur gehört ich habe keinen gesehen ok ich verstecke mich hier hier findet mich nie im leben jemand schwingen ich bin einfach nicht kaum warte wo seid ihr aber diesmal von vorne nicht von hinten schwingen 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 ich bin so schlecht 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 Was ist das? Moin Guda Ich bin gigantiger Ura Ich f*** hält mich wieder Der Detektiv ist tot Ich bin Detektiv Der Tobias ist auch tot Ich bin der Mörder Wir und äh Dürft's verreden du Kek Ja ist er Aber es hat jetzt eh kein Mühe noch Kek alter Ah 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 Alex, komm, kill mich Wer ist das hier? Ja, kill mich, kill mich, kill mich Die Kammer Die Kammer, haha Warte, wer hat mich gerade gekillt? Hey Alex Hey Alex, warum bist du nicht gestorben? Du hast gerade den Fall schon gekillt Kek als Ich wollte extra, dass du stirbst, Junge, ich hasse mein Leben Ich hab erstmal guter Guter Pass habe ich einfach random angeschossen Und dann war's wirklich Ne, du hast mich random angeschossen Ich meine, du hast mich grad umgebracht Hey! Am Anfang als erstes So ehrenlos, ne Warum? Auf random anschießen Ich wusste es Guter Pass Ich bin der schlechteste Mörder, du hast schon Das bist du die Anna Ja Du bist nicht nur der schlechteste Mörder Aber ich bin nie ein Mörder Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn hier? Oh mein Gott, was ist denn hier? Oh mein Gott, was ist denn hier? Geh weg von mir, geh weg Ich kann's mir vorstellen, wenn ich tot bin, dann ist es gut, Herr Pass Ich könnte mir vorstellen, dass er das aufs Drache macht Was ist denn hier? Warte, dreh dich um Was? Geht da Vorsicht! Natürlich Gibt der mir Einen Headshot und ich ihm auch Aber natürlich sterbe ich, Junge Ich gucke euch den kleinen Wachfassern Einen kleinen Mörder Einen Söhne Ist guter Pass Er hat seine Waffe genommen Ist guter Pass Lass ihn alle voten Scheiße, guter Pass Kill mich doch, kill mich doch, dann wirst du sterben Nein, Digga Komm, kill mich doch auch Komm Kill uns doch, guter Pass Ah, scheiße Ich schwöre, ich gebe euch beide respektet Ich schwöre, es geht alle von mir weg Wer einer von euch Mörder ist, ich schwöre Kill uns doch, dann wirst du sterben, guter Pass Ich bin echt nicht Ey Leute, wer hat auch gewungen Mal bist du mal, du Fuck, fuck, fuck Mal bist du mal, du Hau auf Nein, ich bin's nicht guter Pass Ich bin Alex Ich war grad nicht da, wo der Hütter mich da Da, 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 da Ey, guter Pass ist tot Schauen, bin ich denn jetzt sehr elektrisch Okay, ich bin echt nicht Ich bin echt weg, ich bin wirklich nicht Ich bin echt nicht Nein, ich bin echt nicht Aber ich bin echt nicht Ich bin echt nicht Das war nur ein Hit aus Spaß Wer ist das? Oh nein, das ist Liam, das merkt man, war ja mit mir. Das ist guter Pass. Und dann ist das hier da vorne, Armin. Geh weg von mir, ich hab Angst, ich hab Angst! Geh weg, Mann! Nein, ihr Wagen! Hilfe! 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 Geh weg von mir! Was wollt ihr? Junge, ich hab so richtig Schiss, dass Liam ist. Okay. Ich bin zu keck! Ich hab euch beide noch gekillt! Ich schleiche so richtig an der Kamera durch die Gegend und ich bin der ganze Zeit der Mörder gewesen, Junge. das Ding ist, man stirbt ja immer, wenn man eine Person tötet. Guck, Alex, man stirbt ja immer, wenn man eine Person tötet. Aber ich hab ganz schnell... Ey, hör doch auf! Ich hab ganz schnell zwei Personen getötet. Wer ist Detektiv? du bist so... Alex, du bist so... Jeder braucht den Hit. Ich komm nicht mehr raus! live! live! Witterpass tard ist so ein Keg, ne. Hast du so nicht verdient. ich habe sieben siegel geholt stehen wenn ich dann ist ja wohl hier das gute passen einer von den beiden ich sag es ist alex alex sagt die wahrheit guter pass ich bin es nicht jetzt bin ich doch an meinem schwänzen was willst du von meiner meine ich will deine eier lecken bruder ist wie wir kratten sagt er das detectiv oder ein poster wer bist du Ich bin ein bisschen verpasst. Ich bin ein Mörder. Liam ist Detective. Ich bin ein Mörder, ich bin ein Mörder. Ich bin ein Mörder. Ich hau auf den Schiff. Das war Spaß. Liam tötet er, Liam Pass oder Alex. Ich sag, es ist Alex. Ich bin es nicht, ich bin es nicht, Digga. Liam Block, wir sind Freunde, ich kenn die Sätze. Ist gut, aber passt euch Alex. Lasst mich, ich weiß, ihr wollt uns reden. Liam Block, kill ihn! Liam, kill ihn! Nein! Ich vertraue mir, ich bin nicht der Mörder. Liam kill irgendeinen, den du siehst. Man lasst mich an mir! Lasst mich! Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan! Lasst mich! Lasst mich! Ich hab nichts gemacht! Alter, wieder rumschreit! Wie dumm! Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan! Wer bist du, wer bist du? Es ist so ekelhaft! Ohne Beweise! Ich hab nichts getan! 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 was ist ich bin bitte nicht in den pfäckchen oh mein liam liam würd ich jetzt rache kählen vielleicht doch ein gut alter wer ist es irgendwer ist tot liam es ist ja das hat mir getan und gespielt ich werde kleiner gut jungen das ist kein braver die krebs die krebs die krebs die krebs die krebs die krebs die sterben kenne ich wer war ja siehst du ha detective ist gerade gestorben weil er mit dem detektiv mit gekehrt hat haha alex warum bist du nicht gestorben wo du jemanden geklärt hast ich bin ich bin ich nur ich habe zwei leute ganz schnell nacheinander gekillt weil ich noch die zeit hatte ich war auf dem poster du keck du hast den poster geklärt er hat auch schon zu viel amongas wie ich gespielt ja dick amongas beste ich höre hallo lass mich ich sag es ist mir ich lass es ich will meine bananen hallo guck ich ich riecht ich riecht in meinen links warte bleib beide bei mir wer ist detektiv bleib beide bei mir ok ich sehe das hin ich glaube wer ist aah aah guck mir doch rennen du wirst du wirst aah er ist low leute zucker du wirst oh mein gawd ich war der scheiß innocent alter ich war der scheiß imposter ich war deine scheiß mutter ich war der scheiß cremate alter ich bin cremate ich bin cremate glaub mir ich will oh mein gawd Alex ist es Alex ist es er ist bei mir ey glaub mir ich will ich witzig ey leute li hä hä fick dich wer war's wer war's liam ne liam jungen fick dich wer hat der alles verlassen er weiß nicht lad ihn nochmal ein ich will nicht ich will nicht killen ich will nicht killen aber ja ich will nicht killen aber ja es komplett aufgegangen ne doch nicht hä ane du kleine keck ich war im poster hehehe 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 imposter du kleine eck da fisch dich am arsch läck du eck das macht så spa ey bitte nicht kill wungen wer macht der ganze den crucen im kill ja jetzt ist ja kamen jungen kam einfach selber verregt an seiner mutter junge deine mutter stürzt heute wer ist jetzt erding wer bist du wurde leider gesehen ich habe euch beobachtet wie ihr ich habe beobachtet wie ihr gefickt habt ich werde aufs freud gegangen mit wem mit deiner mutter ich bin doch zu jungen zu sterben Ich bin doch eine meiner Sinnen! Ah! Du Gag. Ich besinne meine Kaiser. Ja, ist er Ding? Warte auf! Leon! Fick dich! Fick deine Worte, du kriegst du an, Junge! Gut, das passt wirklich. Junge, Alter, nee! Ich lefte. Ich hasse dich, Junge! Okay, sorry, 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 sorry. Wie kann man so hässlich sein? Warum machst du das? Okay, sorry, ich mach's nicht mehr. Ja, hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Bei mir ist der Imposter. Oh nein. Wo, wo? Hallo, bist... Junge, du bist Imposter. Ja! Junge, du bist Imposter! Ja! Junge, sei ehrlich, du bist. Weil ich bin nicht und Liam ist Detective. νοge, nur ich mit dem. Hm, 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 hm. Arf! Ah! Der f*** dich nie im Jungs, er macht mich auch so rundschuld, Junge, wie kann man so ein Bastard sein, Junge, ich hoffe deine Mutter verreckt. Hä? Ich bin gestorben. Was ist? Ich bin gestorben. Ja, warte kurz. Okay, ich bin nicht, ich bin wieder am Leben. Okay. Ihr macht keine f***ing random Kills. Oder passt, bist du Detective? Nein. Okay. Wer bist du? Innocent. Nee, bist du bei mir? Okay, okay. Komm. Ja, Liam, komm. Kill ihn, kill ihn. Nein. Wer ist Detective? Wer ist Detective? Wer ist Detective? Ich bin Innocent, ich bin Innocent, ich bin Innocent, unschuldig, unschuldig. Ja, dann ist es ein guter Passmörder. Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, hallo. Du bist Mörder. Liam, es ist, Liam, es ist, ich schwör's dir. Ey, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Es ist guter Pass. Ja, ich warte. Ja, ey, ey. Ja, ich bin normal. Komm, weg, weg, Alter. Ey, guter Pass. Guter Pass, lass so machen, lass so machen. Wir dürfen nicht unsere Rolle sagen, ob wir Mörder, Detective oder du weißt was. Okay. Innocent, okay? Ja. Okay. Er ist einfach an sich selber verreckt, Junge. Du keck, Liam. Guter Pass, bist du Innocent? Alter, alter. Einfach Headshot. Hey, Kai, wer bist du? Hey, hör auf, bitte. Guter Pass, bist du? Hey, hör doch auf. Bitte. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich geh mir kurz ne Bandage. Ach ja, wir dürfen ja nicht sagen, wer man ist. Hey! Hey! Ha! Kick. Spaß über kein Kick. Guter Paar, bist du lieb oder böse? Lieb Wirklich? Ja Ich schwöre auf deine Mutter Ich schwöre Wer bist du? Bist du der hier? Ja Okay Dann ist er hier Mörder Träck dich, Junge Du hast auf deine Mutter geschwört Nein Hast du Ich habe gesagt, ich schwöre nur Du hast auf deine Mutter geschwört Ich habe gesagt, ich schwöre, aber nicht Mutter dazu gesagt Toll, trotzdem Trotzdem Man macht sowas nicht Wer ist Detective? Ich Okay, wo bist du? Bitte mich killen, bitte Komm, weiter ficken, Alter Komm her Ich war es mein, Alter Ich halte einfach nur Dann lass es Liam auch versammeln Ich bin's nicht, es ist Liam Kill ihn, bitte Ich gebe her, weiter respektive Nein, bitte Ja, bist du es Sack? Ja oder nein? Ich bin's nicht Kill ihn, bitte Was ist der Mörder? Ja, er ist der Mörder Nicht ich Ich gebe dir kurz einer Respektkiss Nein Jetzt sag ruhig Ich hasse dich Ey, ich verlasse es gleich, wenn du ihn nicht killst Ich hasse dich, du keck Ja, Juga, aber du musst ohne Respektkille machen, okay? Okay Easy Ich Claro Ich habe ihn nicht Hast du langsam Poster? Wer sagt grad ich bin's? Lian. Ich kann's nicht sein, Junge! Ich bin scheiße Technik, Junge! Fick dich, Alter! Ey, guter Pass, hast du grad gesagt, ich bin's? Nein, er! Er hat gesagt! Alter, die haben es verlassen. Ich schwöre. Er sagt einfach, ich bin's, obwohl ich fucking Detective bin. Wo seid ihr? Keine Ahnung. In deiner Mutter. Hey! Wer ist Detective? Ich nicht. Dann ist Liam. Liam ist es... Also ich bin's nicht, dann kann das mein Tipp machen. Du kack, ich bin's! Hallo! Du bist es? Okay. Bitte nicht! Bitte! Lass es! Oder ich kick dich! Hier! Ich kick dich gleich, wenn du mich killst! Ihr seid ihr jetzt beide One-Shots! Ja, deine Mutter! Ich pass! Fuck! 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 Ich hab' dir gesagt, ich werd' dich kick'n, Liam! C, komm' noch eine Runde, dann kicke ich Liam! Warum? Weil er ehrenlos ist! Na? Wer ist von euch Detective? Ich bin's nicht! Wer... Ja, okay, danke. Wer war's? Ich! Warst du ein Poster? Ja! Wer bist du? Eh no! Na? Hast du irgendwas für deine Verteidig... 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 Verteidigung zu sagen? Wuhu! Wuhu! Aaaaah! Fuck! Ich hab' euch einen Gimps-Finger-Tücklein holen zu... Und, wie fandest du's guter Pass? Gut! Ja... Weil du grad' weiterfixt! So, wer ist es? Gunnar, was bist du's? Nein! Du bist es, okay. Nein! Wer bist du bei mir? Also, ich bin grad' irgendwo anders. Ich schieß' einfach so rein! Die beiden sind gewonnen! Also, Kack! Nein! Scheiße! Ich hab' irgendein... Wehen angeschossen und dann bin ich in die Hölle gekommen! Oh, Mann! Juhu! Ey, wer ist Detective? I-A-I-A! Du? Ü-A-I-A! Guter Pass, sag! Ich bin! Okay! Ich bin... Ey, wer schlägt hier? Ich bin's nicht! Ey! Ey, Guter Pass! Was? Hast du das? Ja! Jetzt gib' ihm auch eine Respektrolle! Wie du lügst! Ich hab' gesagt, du hast mich angehittet! Oh, mein Gott! So gut! Es war echt gut! Ich schwöre, ich hab' gesagt, du hast mir, Alter! Ah! Wer ist bei mir? Guter Pass, bist du bei mir? Nee, Liam! Guter Pass, du bist Mörder! Liam ist Detective und ich bin's nicht! Guter Pass, sei ehrlich, du bist es! Okay? Sei einfach ehrlich! Wir wissen's jetzt! Okay! Aber wovor kennst du dich? Wir haben immer aufpassen! Ich hab' nur 17 Schuss! Ich hab' Angst! Ich hab' so mega Angst gerade! In die Ecken erstmal gucken! Ah! Ah! Komm! Liam! Nein! Renn! 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 Komm' nochmal hin! Hier! Hopp auf! Haha! Oh no! Wer ist das bei mir? Nein, wer ist das bei mir? Was ist das bei mir? Was ist das bei mir? Ey! Nicht schießen! Dann ist Liam wohl detektiv! Hau ab, Alter! Bin's nicht! Alter, hör doch auf! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Was war noch schlecht! Oh fuck! Ah! Ah! Oh! Ich habe alle Wien! Ich habe alle Wien! Oh Gott! Ich habe alle Wien! Deine Wien! Was ist es bei mir? Ich habe alle Wien! Ich habe alle Wien! ich will noch in die laba kommen ich bin erster das gewesen guter fass bist du mörder guter fass ist du bist so los warum bleibst du da auf kastehen jungen einfach so warum wirst du grad tanzen ich kann mitnehmen kann ja galadin ja kusen guter was bist du guter was ziel ich gerade auf ja hier ist ja bleiben ok ich hab jetzt noch wenig schoss guter was bist du doch bist du hast du die ganze zeit bei ihnen was junge ganz ehrlich zum kosten diese kleinen kleinen ich weiß gar nicht oder passt du musst auch in kümmerin gut wäre es von euch detect ist ich nicht es ist lia du bist kein detektiv ich bin es nicht ist gut aber auch dafür ein hilf gegeben scheiße muss ich dich junge ich einfach nicht einfach nicht man lieben sich einfach gekillt wer von euch ist detektiv ich bin es nicht wirklich ich will keine respekt oder was ich habe euch beide einfach innerhalb von drei sekunden ich muss gerne mit dem bett kann man nicht wir nehmen dich auseinander guter passt bist du inno sense hat er nicht lieben ist auf kann er tut gott zeit so naja kann man ihn wer ist es bist du detektiv guter pass bist du guter pass das leben glaube ich also bist du detektiv nein bist du detektiv dann nick er ist auf k also er ist dass ich bin innocent er ist nicht auf k ich bin gerade bei ihm oder bist du gerade bei mir bist du gerade bei mir liam ok dann ist guter pass ne guter pass ist ja ich bin ich bin innocent du bist du bist du ich bin guter pass ich bin es nicht war zum mörder ich war du ich war in das du keck du warst detektiv ja sie warst detektiv bist du los so guter pass bist du im kaufstein ich bin kurz auf kardokot mann ich bin bist du ein post da ich bin es nicht aber bist du ein post da ich will keine post da ok wirklich ein erholenden sohn fick dich einfach fick dich einfach fick dich ein fick dich einfach was was ist das kommt das noch bis 15 runden verlassen danke ich noch kurz liam ich habe schon alle verlassen leute ich komme gleich ich hole mir kurz was zu trinken ich gehe aber auch auf warte hörst du das die Kayle st schmutz schmutz weg schmutz was für du einfach die beiden ja auch nicht aber nachdem die ja okay da kann ich kenne es noch mal nicht kicken hey ich will arena die klinik und lass den dritten reißen nein die muss der beste wir machen so viel plus Oder Liam? Wenn ja, dann tanzt. Äh, Leute, ich komme gleich, okay? Ja, du Kek. Ich hole mir kurz Wasser. Reiß sorry, er hat dich gekickt, nicht ich. Reiß sorry. Da, 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 oder. Ne, weißt du was? Das hier mein Cousin kickt, ich verlasse. Wenn er mein Cousin kickt, dann verlasse ich. Ich will nicht essen. Ich will nicht, dass er alleine ist. Liam, komm. Äh, Reiß, komm rein. Hallo? Hallo? Hi. Egal, lass, kannst du ja mit dir spielen. Egal? Nee, ich will nicht, dass du alleine bist. Scheißegal, weil... Hä? Ist es mir egal? Nein. Warum? Ich will nicht. Lass ihm wieder ein. 100% kommt er wieder. Weil er will mit dir spielen. Weil du für ihn wichtig bist. Lass ihm wieder ein. Ja, ich lade ihn jetzt ein, warte. Jetzt kommt er 100%. Ja, ich mach jetzt öffentlich. Warum könnte ich zu uns kommen? Warum kommt er nicht? Keine Ahnung. Du musst dein Handy bekommen, endlich. Welche? Weiß welchen? Weiß welchen? Ich habe S Plus. Äh, nein. Samsung oder iPhone? Äh, Samsung. Okay, besser. S5. Plus. Denker. Aber nicht deiner, ist anderer, ist besser. Denker, meiner ist Samsung Galaxy Note 8. Oh Gott. Aber trotzdem, ich kann Roblox spielen so. Keine Legs? Keine Legs? Keine Legs, bitte. Unmal. Bist du schon auf deinem Account drinnen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist ein Level, ihr. Dieses ist ein Level? Ja. Kostetut schreibt. Müssen in. Im. Im. Ich bin. Ein. Oh mein Gott. Sie müssen in seinem Schub machen, was er schreibt. Sie dass? Ja. Oh mein Gott! Hey, Kurt Flóri in den Itemshop, müssen wir in den Itemshop schreiben. Schöpfe bei der Flóri, wie wird's geschrieben? Hier steht. Hier steht. Kurt Flóri. Ich habe ihn. jeder reis sagt man sagt man den code den könnte gott f ja ja klein ja 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 dann und dann auf instagram folgen auf instagram heißt er steht wer ist auf instagram hat geschrieben von youtube youtube ich gewahrt ich gehe auch zuerst auf seinem tiktok ich folge ihn da und folgen auf youtube tiktok kannst du gucken wo er wo er ds ich habe ihn gefolgt und gehen und dann ich muss über die YouTube 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 die sind gleich für heute mach weiter sind gleich zu erwähnen hat macht warte abonnieren glock aktiv leute hast du eigentlich schon sein kopf ja jetzt fang ich hier noch auf instagram und schreibe ok der meister die der meister ich vergewert wie heißt auf insta die offiziell die sieben jahren die offiziell kein ergebnis gefunden ach so ich habe es vergessen ich habe gesehen bekommen ich habe gesehen bekommen wie fast fluche youtube habe ich nicht weil man kann man drei tage schenken nicht jetzt drei tage die zwei tage drei tage tun wir haben heute getroffen mache jetzt und ich will nicht schicken ich habe das freundlich angenommen gerade nicht mal schreiben ich habe vergessen oh mein gott wie dumm bin ich ich habe es verkackt ich habe geschrieben aber dann habe ich in der oben stand so das sind so sache es ist ich habe es gemacht ich habe ich habe geschrieben aber es ist irgendwie vertraut auch verlassen wollen dass keine spiele ist der name kreikot er schreibt an mir wollte ich muss was damit kaufen warte ich versuche was das ist auch kein echter spieler weise namen das sind das sind sie so kurz sehr bekämpft der kohle hey es geht auch nicht ich habe es geschrieben weil sie machen auf bord weil du es bekommst ich schreibe ich habe dass er ihnen so erneben soll es geht auch nicht Hä? Es macht nichts. Hä? Ich hab Hello geschrieben. Was für Iconic, Hello? Ist ja ein normaler Bot. Vielleicht ist ja nur so ein Werbung. Warte, macht er auch Gruppen? Macht er auch bereit? Nein, er macht keinen bereit. Sagst du, warum? Weil, wie? Wie? Ich will, das kann ich spielen. Sagst du, warum? Ich weiß, das kann ich das spieler. Ich weiß, das kann ich das spieler. Ich will bei ihm beitreten, dass es kein ich spieler ist, dass die Vision anders ist. Das kann ich spieler, ich kann bei ihm nicht beitreten. Ich kann bei ihm nicht beitreten. Kann bei ihm nicht beitreten. Was macht er? Renegade. Wolle mach ich Rundführer, kannst du? Sonst mach ich nicht. Mach. Was macht diese Bot? Flank, du musst irgendwas machen. Nur so. Wolle gehen bei seinen Namen und drücken Flüster. Ja? Wolle. Wolle. Geh bei seinen Namen und drück Flüster. Da steht. Die bleibt Flüstern. Warum auf Flüstern? Wie kann ich das machen? Geh. Drück Option. Achso, warte. Geh auf seinen Namen. Er blockieren. Nein. Was soll ich jetzt machen? Option? Dann auf seinen Namen. option und gehe auf den namen er warte voll zu viel hat angenommen er nimmt jede frage fluss mann und so kann es nicht in der rin und so wird es nicht schön verlässt ja auch geschrieben Verlässt er ganz gleich? Jetzt ist es schwer, ich habe mir Helf geschrieben Ich habe einfach nicht geschrieben, sicher weil ich nicht schreibe Was macht er? Was macht er? Was siehst du, was ich schreibe? Ich habe schon gesagt, ich habe alles Sag mir, sag mir Hast du noch nicht? Nein F L F N Was? F L F L U U R R R R E E E Er hat doch ein Bottasfreund Was macht er? Warum hat er direkt hier das Kind und macht Faxen? Hä? Was soll ich machen? Äh, Antwort nicht Ich kick ihn und lade ihn wieder ein Nein Nein Ich muss der Kumpführer werden Boah, ich verlasse und lade ihn wieder ein Dann lade ich wieder ein Hä? Mach mich Kumpführer Ich will ihn kicken Ich will ihn kicken Dann kick ihn, kick du ihn Mach es einfach nicht Kick ihn und dann lade ich wieder ein Shit ich kann mich bei Scheiß Dings nicht anmelden Was? Bei Dings Twitch der benutzer name existiert nicht müsstest du ein neues konto erstellen war es hier existiert war da Wo ist er? Wo ist er? Für SOG Ich kann es nicht mehr untertiteln Ich muss den leider kicken. Der Name ist auch Kurt, Kurt, 3, Kurt. SNAPORIS MANA! SNAPORIS MANA! Das ist langweilig. Das ist langweilig. Ich hab ihn gesehen. Fuck, 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 fuck. Ist das du? Ja, wir können spielen. Ja komm, mach doch. Das ist 16. Wir haben alles gemacht. Und dann schiebt ihr uns gar nichts. Scheiß, ich kann bei ihm beidrehen. Aber da schiebt er eine andere Vision. Warum? 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 Mach bereit! Mach bereit! Ach so. Mach bereit mit drinne. Ich auch. Bei mir nicht bis dein Roblox. Das habe ich nicht so viel. Leg bei deinem Handy vorherigen Handy. In Aszune Handy. Legt er? Wir machen das nicht. Ach so! Mach rein! Ich habe die Reis? Reis? Was? 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 Wir sind Sniper Reis. Ich weiß, ich seh nix. Ja, oh no. Oh, ich kenn die Map schon. Oh, ne. Was bist du? Das ist ein Fehler. Was ist denn eine Fehler? Ich bin bereit, dass du ein Fehler bist. Ist er nur alleine? Ne, die Leute verstehen ja gar nicht. Ich schwöre, ich hab gedacht, du bist direkt hier. Oh, ich hab alle... Er tanzt! Er tanzt, du Eis! Einer tanzt, er ist tot. Aber er ist tot. Einer ist gestorben, weil er gesprungen ist. Weil er selbst nicht springt. Und er ist tot. 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 Ich hab alle... Oh, es ist tot. Das ist ein Fehler, waffe. Gästen... Ich bin... têm... Es wird... Ich bin... Ich bin ein Signal. Ich bin ein Signal. es kommt die zu uns der luftballon siehst du es tut du noch mal sehen ich habe den kill bekommen einer will mich kennen ich bin nur Ja, das ist wichtig! Was ist das wichtig? Hab ich getötet? Ja, das ist wichtig! Hab ich mich getötet? Ja, ich kann nicht getötet! Ich hab auch eine. Keine Leute gibt es. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Was ist da los? Pass auf dich auf. Oh mein Gott, war das knapp. Boah, ein Gegner kommt. Ich gegner. Noch einer kommt. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Aber es leben nur drei Gegner. Ey, hörst du mir zu? Ja. Ey, Scheiße. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Nein, nein, bleib drin. Nein, nein, bleib drin. Welcher verlassen? Warum? Warum verlässt du? Ja, weil sie verloren haben. Musst du in dein Lobby gehen? Ja. Ja. Spass, das macht wieder bereit. Der Spass ist noch wieder bereit. Der Spass ist mit drei Leuten. Der Spass ist mit zwei Leute. Und es macht doch nicht gut. alle kann schon den jubiter und saturn sehen das ist nicht viel kreis aber noch mal die nicht mal sehen bei uns kann man das nicht sehen bei uns kann man zu 100 bisschen sehen bei uns stimmt ich auch weil sie im berg sind was kann man nicht sehen saturn und was saturn jubiter scheisse wir werden Oh, bitte, wir werden Runner. Ja, wir sind Runner. Nein, ich bin Sniper. Oh. Oh, Reif. Ich bin Sniper. Ich bin Sniper. Ich bin Sniper. Oh, nein. Oh, das war ich. Ich bin Sniper. Ich bin Sniper. Oh, ich habe Sniper auf dich. Ich bin Sniper. Ich bin Sniper. Oh mein Gott. Oh, was ist denn das? Weil die dritten ist nicht schlecht. Ich kann das mal ein bisschen trocken. Weil die so schlecht haben ich mit meinem einen trocken. Ich kann das mal ein bisschen nicht annehmen. Ah, guck! Oh Gott. Ich hab's schon geschafft, Bro. Ich hab's schon geschafft, Bro. G'nach. man gibt sie irgendwo sniper ich habe einen Hits ich habe einen Hits hey wie soll er auf mich gehen mit der Sturmgewehr sucht Oh! Würde gesnive! Scheiße! Er ist okay. Oh mein Gott! Ich seh dich. Hast du dich gesehen? Der auch? Hast du dich gesehen? Hab dich getroffen? Oh mein Gott! Ich bin Wiley. Mach! Oh mein Gott! Wiley, der geht auf dich jetzt. Oh! Ja! Ich war der verdammte Letzte! Ich glaube, ich geh. Ich denke, wir werden vertauschen. Ich bin Rana, ich laufe! Was? Ich laufe. Ich bin der Läufer. Der King von... Der King Burger. Boah, ich bin schlecht zu schreiten. Du bist Banane, oder? Nein, ich bin ein Fischkorb, oder? Nein, ich bin ein Nug. Ich bin ein Nug. Nein, ich bin ein Nug. Nein, ich bin ein Nug. Wann lassen die es? Bitte. Oh, bitte nur als jede schöne Banane. Oh! Ich hab die Zeit! Boah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich muss dich alles von neu machen. Warum? Warum? Ich geh auf dich. Ey, du Hund! Du hättest dich piepst, ne? Ich hasse auch nicht, ja. Ich denk so ein Buch. Boah, ey. Lass mich nicht schneiden. Lass mich nicht schneiden. Ey, hier geschieht es auf mich. Warum? Der lässt du ein? Nein. Ist jemand oben? Boah, es leben vier von euch. Und von uns leben so. Lass mich! Ich lasse das Ding. Ich habe... Boah, ich hab was. Ich lasse das jetzt. Ich hab irgendwas. Äh, eine Hand. Das ist gut. Boah, ich muss euch. Ich muss euch. Nein! Oh, ich hab eine! Da war ein bei uns. Da war ein bei uns einfach. Nein! Nein! Bitte nicht, scheiß Internet! Ich hasse mein Internet. Ich hasse mein Internet, Ciddy. Ich hasse mein Internet. Ich hab dich gekillt, du Keck. Warum killst du mich? Ich hasse mein ... Ich hab gelegt. Ey, was passiert? Ey. Ey. Ich lege. Ich lege. Wiederholen. Hallo? Ja. Ich hab gelegt. Du hast mich einfach gekillt, du ehrenlos. Warum gehst du mich? Warum gehst du mich? Warum? Ich kann dir was zuschauen. Ey, ich will einfach sterben, du meinst. Wie krass das aussieht. Wie? Ja. Ja. Du kannst es einfach nicht. Stopp. Stopp. Ja. Du kannst es einfach nicht. Stopp. Stopp. Ja. 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 Ich mach's gerade. Versuche ein paar Leute zu klein. Warum fährst du mich? Einfach so, weil du ein Bot bist. Sollen ich runtergehen? Was? der letzte lebt der letzte lebt ich habe gewonnen ich muss mich gleich ja gleich ich gehe es auf dich ich habe dich gekillt ich habe dir einen Hatshot gegeben bitte kenn mich nicht Scheißegal, ich gehst nur auf dich. Boah, ich bin einfach alle... Boah, wir haben einfach eine Haltung gegeben. Boah... Boah, du hast gerade eine Haltung gegeben. Was ist das denn? Boah, ich hatte eine Haltung. Boah, ich habe keine Haltung bekommen, ja. Boah, ich habe keine Haltung bekommen, ja. Au. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm her, ey. Ich schieße. Ich bin unten, bro. Lama. Lama. Ich bin Lama. Oh, ich bin Lama. Vielleicht kannst du da gehen und was bekommen mit dem Lama. Ich kann nicht zum Lama gehen. Ich bin ein Check-Vac. Hast du gesehen, aber? Mit Check-Vac kannst du beginnen, ey. Vielleicht bekommst du da irgendwas. Irgendwas Gutes. Oder als du tausend pro Stunde bekommst du irgendwas Gutes. Und du dann gehst. Ey, du bist noch Zeit. Hey, wie geht's schusslich auf Milch? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die sind so dumm, Alter. Ich hasse euch alle. Komm raus. Brau dich, Mann. Brau dich. Brau dich. Brau dich. Brau dich. Brau dich. Ey. Ey, ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Du bist du. Du bist jetzt noch am Kämpfen. Du bist jetzt noch am Kämpfen. Ich hasse euch alle. Du hattest dich zu Lama, mein Dick. Hi! Ich will Thor. Ich wäre der letzte. Ich wünsche dir Lama. Ich gehst den Lama. Ich bin som 2. Ey, dir kommt Lamont bitte. Byrne. Lass mich bitte, Wilde, geh nach vorne, geh die andere Gegner Wir sind auch nicht! Wir sind auch nicht vor Ort Was wird denn? Ich trau euch nicht zu einfach, wenn ich anders besser bin. Ich hab dir einen Hüt. Hey! Ein anderer! Ich hab dir einen anderen. Oh, ich hab dich auf. Oh, ich hab dich auf. Oh, ich hab dich auf. Ich hab dich auf. Oh mein Gott! Ich erzähl nicht, dass du mal ein Aimboot verfreien. Lass mich! Wo hast du dich dann Zeit? Hä, bist du unten? Hier oben, ganz oben. Lass mich doch! Lass mich doch! Das heißt nicht gerade. Das ist ganz oben. Neuse Waffen. Das bist du nicht zu keck! Ey! Ein anderer hat Aimboot! Das war ich auch so nehmlich. Ein anderer hat mich zweimal getötet. Zweimal hat Aimboot. Oh, Jock hat Aimboot. Ey, ich hasse dieses Spiel. Jeder geht auf einen. Guck, er töten sich selbst. Oh, Snoop! Oh nein. Er tut sich nur noch so Geld. Du er tritt gar nicht. Oh! Oh! Oh mein Gott! Ich runterreiß? Oh nein, nein. Du wirst dich nicht sterben. Bitte, wir! Hier! Vor dir! Oh! Wo hier? Unter dir! Unter dir! Hier! Hier! Guck ihn! Oh, er hat die lilaer Wind auf dem Schrocken. Ich war weg. Bei zwei auf ihn sind. Bist du dum? Ich sterbe nicht! Zwei sind gestorben! Zwei Leute! Hä? Das tut mir leid! Nein! Göttin! Göttin! Geil des Zuschauer, komm! Dauert eh nicht lange! Der Film hat Aimboot. Guck was du machst! Alter, hei! Der Film hat Aimboot. Heyyyy Was is dat? You can't set strepen, you can't set strepen Yes, M'rana I is blue, black, ee, mac, tatatac Weißt du, wir haben gleich geblockt von der hier? Ja, wir haben gleich geblockt. Aber bleib nicht weg. Nur zwei? Alle haben verlassen. Drei, vier Leute sind gespeichert. Geh mal auf dich mal jetzt. Geh mal auf dich hin. Geh mal! Geh mal! Geh mal! Wir haben das gemacht. Geh mal! Geh mal! Geh mal! Geh mal! Geh mal! Nein! Ich bin so knapp! Ich bin dort! Ich hab mich selbst gesündet! Ich schwör auf alles! Ich hab mich selbst gesündet! Ich hab mich selbst gesündet! Ich schwör auf alles! Ich bin gesprungen aus der Seh'n! Da brauchst du einen Hund! Wollt ich geh zum Lama! Ja, ich geh zum Lama! Wollt ich mich selbst gesündet? Wollt ich mich selbst gesündet? Weißt du wie dumm das ist? Ich bin einfach selbst gesündet! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spring! Ducken! Spring! Oh Gott! Oh siehst du das Lama? Das hier! Ja! Spring! Duck dich! Spring! Spring! Nein! Junge! Er hat ein Boot! Ja! Ich hab die Boot! Wann ich? Wann ich dich? Wann ich die Boot? Wann ich mich? Wann ich mich? Wann ich? Wann ich mich? Wann ich? Wann ich dich? Ich hab' necks Ich hab' necks Aber wie bist du denn? Ich hab' necks, ich hab' necks Geh' auf, ja, geh' auf Ich hab' necks Ich hab' necks, ich hab' necks Hä? Geh' du? Geh' du? Geh' du? Geh' du? Geh' du? Geh' du? Warte Ich hab' das Freund hier, bei mir steht auch, weil Yosef online Hä? Geh' ich komm' zu, ich mach' dir Parkour Ach, Parkour okay, warte Ich geh' mal irgendwo rein Ich komm' gar nicht Da komm' zu mir Ich kann nicht Warum? Weil ich nicht finde Ne Was soll ich denn im Map brauchen? Das ist halt richtig schwere Parkour Komm' zu dir, lade mich ein, äh ich lade Geh' rein endlich hin die bekommen die klang genau ich kenne den mehr breit wie du drin bist wo ich jemand schlecht denke ich denke ich warte ich bin ich bin glatt und es richtig wer was anderes war es richtig wer richtig richtig beim ersten schaffte kacke es ist jetzt er kommt an anderen sie sind selbst nur für profis man kommt wieder aber zumindest für profis wir sind anfänger möglich hat die erste wort immer check point ist für immer gefallen möglich wo wir was anderes oder zu konsumieren aber bei mir so weit du bist bei mir irgendwie nicht online oder das fahrrad mal schau kurz video vom blatt brett das ist krass mein video ist krass ich kenne viele schon nach kontakt und gesellig aber das fahrrad weil ich habe schon mal weil es schwer ist kannst du zu mir kommen waka kommst du zu mir ja ok geh rein ich will rein dann natürlich geh rein ja aber we ist so schlecht zur rein ja Jetzt Oh, der Aufzug Ja, kennst du den? Ja Es sind neue Sachen reinkommen Warte, wofür ich hab die Kaffee Hey, guck Ich war einmal VIP Mit dem Heck haben wir hier rein Wir können Kleidung holen Mit dem Heck haben wir hier rein Komm, zuck Schreck nur, sag ihr da Nein Sie haben alles genommen Oh, Mann Bei Tobias ist das auch oben Hallo? Ich spiele gerade mit Reis Roblox Aber Reis, ich hab Tobias eingeladen Spielt ihr auch Roblox? Ne, wir spielen das Dings fort mal Jetzt komm Äh, können wir, äh Arena? Ey, du bist nicht gut Doch Ich hab grad mit Liam 2.000 Punkte geforscht Mit Liam Alter Liam hatte so krasse Gegner Ich weiß nicht warum Hey, Liam, König War er Koballführer? Wollt ums Grundführer Ja Hat er ehrlich 2.000 2.000? Ja Ja Sobald er 10.000 hat Wir haben die größten Schwester der Welt Aber wir haben trotzdem jede Runde insgesamt 7 oder 7 Aber schon besser als ihn Wie kann es sein, dass er 10.000? Ok, dann lass eine Runde kurz Sniper visest du an Nein, 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 nein Doch, doch, eine Runde Sniper visest du an was, bitte Eine Runde Ok, komm mal eine Runde Ich schau nicht Ich habe nur ein grosses Kind mit Pizza Ok Wird im Jahr nicht merken dass Männer und Frauen, die lange wach bleiben, statistisch gesehen eher Single sind Kennst du mich? Sag mir, kennst du mich? Kann das sein, dass du dumm bist? Ja. Oh mein Gott. Ich gucke gleich, welches Team ihr seid. Ich hoffe, ich bin gegen euch. Ich hoffe, ich bin Mama. Ich auch. Guck mal. Guck mal, guck mal, ein guter Pass. Ich will einen ausgehen, bitte mocht mich nicht. Oh no, sag was ihr seid. Ich bin Läufer, ich bin Läufer. 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 Oh, ihr beiden seid Dings. Sniper. Ich bin Sniper. Ich bin Läufer. Wie, bist du auch Läufer? Ich bin Läufer. Bist du auch Läufer? Ich bin Läufer. Ich bin Läufer. Ich bin Läufer. Ja, ich bin Läufer. Also Räufer ist auch Läufer? Ja. Und Tobias, du bist Dings Sniper. Ja. Ich werde nur auf euch gehen. Ich bin Läufer, wo Ihr seid. Wo seid ihr gerade? Ich bin bei Wassern. Bei welchem Zimmer seid ihr gerade? Ganz oben. Ganz oben. Ich bin ganz oben. Mach du auf. Ich habe ganz oben. Weil gleich gehen wir zu lange, ne? Zu lange. Ich wurde geht das. Oh nein. Ich habe nur 51. und 50 Schild. Digga, keiner trifft mich! Keiner trifft mich! Wo bist du? Wo du nicht bist. Oh, oh, oh. Oh! Ich war ganz oben! Ich hab's gesehen. Du warst der Erste. Ich war auch ganz oben. Boah, jetzt gehst du Lama. Da wurde ich gekillt! Du Spast! Spasti! 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 Ich hab große Lama gerade. Melona, ich hab große große Melona. Boah, ich bin bei Lama. Bist du echt bei Lama? Ich bin hier bei Lama gerade. Hallo, guter Pass. Ich sehe dich. Ich hab eine einzige Person auf dich. Boah, ich will sie aufmachen. Ich mach sie auf. Warte, Reiß! Was? Warte auf mich! Ja, ich warte. Ich da bin. Wenn ich tot wieder, kannst du öffnen. Du, was machst du? Jetzt bist du genau jetzt. Bist du bei der nächsten Phase, oder? Hiermit will ich steifen, boah. Jemand will ich steifen. Boah, irgendjemand will mich steifen. Boah, irgendjemand will mich steifen. Ich will mich verstecken, aber. Boah, ich verstecke mich, ja? Bist du fertig bist. Oh mein Gott, Lama. Boah, irgendjemand schreibt mich, Jemand schreibt die Lama, weil er nicht gesehen hat. Lass doch die Lama! Okay, okay. Reiß, ich bin nah gekommen. Ich komme zu dir. Komm, komm mit mir, mit dieser. Oh mein Gott! Bei mir ist noch ein einziger. Der ist gerade einer zu mir rübergeflogen und der hat fast alle gekillt. Komm, komm mit schnell. Ich steh mal. Ich stehe aufmachen. Nein, 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 nein. nein nein bestimmt aber man kann irgendwas kaufen hier kommt es ist ein stadt und den flieg und andere tippe ich war der letzte er hat nicht ich will wissen was man Gold macht. Ich hab 5 Wunder bekommen. Ich hab Gold bekommen einfach. Oh no, jetzt bin ich Runa. Oh no, ihr beide seid Sniper. Ich bin super. Aber wo ist er? Welche Skin hast du? Ich danke. Ungesagt. Nein. Ich wusste auch nicht, wie ich den ihr habt. Ich hatte den... Oh, ich weiß was. Was? Was? Er hat mein Skin, aber normal. Dann hab ich mir gekeilt. Tobi, ich hab die Hand. Oh, Tobi, ich hab die Hand. Was habt ihr gekeilt? Es ist nur ein Knife. Weg ihr daneben. Nein, ich geh. Nein. Was haben wir gekeilt? Ey, du hast gerade Aoud? Hä, wo bist du? er wusste dass da drüben wo aber ich kann er hat man es können diese mystik die sich verwandt hat aber die normale hat sie du bist tot ist er tot ja er ist ja da haben wir uns gehen Aber jetzt geht es nicht direkt auf mit alle, okay? Doch! Ey, das bleibt uns da noch nicht. Ich habe nur noch nicht. Ah! Ah! Ihr geht alle auf! Ah! Sie sind ehrenlos. Jeder von euch geht auf mit. Ich habe ihn nicht. Ich hasse euch. Sie sind ehrenlos. Womit ich jetzt direkt verrecke, das ist so ehrenlos. Ich habe ihn nicht. Reiß, Junge. Ganz ehrlich, ich hasse mein scheiß Leben. Jedes kleine Opfer geht jede Sekunde auf mich, Junge. Ja, das war ich ohne. Alter, das fackt mich so ab, Junge. Hört auf zu tanzen. Reiß. Ich bin safe. Jetzt sucht weiter, Leute. Das ist noch irgendwo welche. Ganz um! Ganz um! Ganz um! Das kann auch. Aber die schießen irgendwo drauf. Guck mal, wohin die ziehen. Guck mal beim Lama. Vielleicht verkennt ich da eine. Mein Name hat sich da. Da ist Gold. Ich lass mich mal, guck mal. Aber das ist irgendwie nicht die beste. Wollt ihr das nicht? Lass es einfach. Ey, jetzt springt alle runter, sonst nicht mehr noch eh bis dahin. Wir sind da, aber es gibt noch einer. Ey, wollt! Ey, wollt! Ey, wollt! Ey, wollt! Ey, mach so, mach so! Wollt! Wollt! Da ist so ein Danki auf jede andere Etage. Du musst aufpassen, okay? Geht, geil! Ich hab's also probiert. Ich bin einfach gestorben. Es ist alles hier unten. Das geht, das geht. Guck, das geht, das geht. Aber du musst aufpassen. Ja! Pass auf, Potser! Du musst aufpassen, wohin du springst. Was ist irgendwo? Das muss ich wissen. Von, du kannst noch mehrere Seiten. Unwiesig. Das hat er. Äh, reiß er, das geht! Ich halte die alle aufbringen. Oh, ich bin mal hit! Gut, auf was hast du denn getroffen? Oh, ist tot! Oh, ist tot! Wollt! Ich bin einmal, weil ich mir einmal nach unten. Er legt noch einmal. Oh! Ich bin seitlich. Oh mein Gott. Ich bin ganz unten. Ganz unten. Oh, ich war ganz unten. Jetzt geh ihr noch ganz unten. Ganz unten! ich bin ja das wechselt ich hatte zwei sniper ich bin nur zu zweit die smith machen okay ihr habt gewonnen Okay, wir kommen gleich alle mit Pumke an, ich rüber Junge. Ah, die Gang ist da. Gang. Aber was sollen wir machen? Gleich wird sich hier alles vorgehen. Verlassen! Nein! Nein! Ich werde nicht sterben können. Ich werde nicht sterben können. Ich werde nicht sterben können. Die beiden wollen nur auf Mist, die Kleiner! Weil du gerade vorne bist, weil die Leute jetzt vorne gehen. Scheiße! Dicker, was wollt ihr jetzt? Ich muss wachen rein. Ich komm jetzt posten, du Spaß! Bitte nicht! Da kommt so eine erste Pusse, fuck! Natürlich treu! Ich bin tot, fuck! Nein! Wer hat mich gekillt von euch beiden? Ey, der eine! Ein Lama! Das ist Lama! Kann mir da gehen? Hier! Lama! Ah, hier kommt eine Pusse! Das ist Reis! Scheiße! Ich konnte es kaum an mir! Ich konnte es kaum! Ja! Reis vark! Ich kenne die zusammen! Aber nicht gefunden! Bitte! Ok, kenne die einfach! Was ist die? Ich meine Erklärung! Wisst ihr das? Ja! Ich bin gut. Ist doch ein Lama! Hä? Hier sieht zwei Lama aus! aber ihr seid ja viel mehr als wir, das ist voll ehrenlos, das ist voll ehrenlos, ihr seid viel mehr als wir und gleich schließt ihr alle auf uns ich bin erster, ich bin erster und jetzt schließt ihr bestimmt alle auf uns, wir sind jetzt nur zu zweit Leute und ihr seid richtig viele die hat schon niemals nen Gold-Tab-Tab gegeben ich hab ja nen Hit ich hab probier's nen Hit der andere hat immer so Glück und kriegt immer fucking Gold-Tab ey, wie das schon, wie soll er mich blocken ah, 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 ah ich denke, ich kann hier hinzu ich weiß aber nicht, ich kann hier hin das dann komm auf ihn weil er geht auf dich oh bitte ne weil 3er geht auf dich oh bitte, jetzt geht die anderen auf los oh, wichst wir haben ja nicht gegen einen wir jetzt sterben ich hasse euch ich hasse euch wichst Kinder, Junge, pickt euch alter ja ne, wir nur wichst geht, Junge, ich hasse euch ich hab nur diese scheit Chancen wir spielen diesen Modus nochmal weil das unfair war ich war nur zu zweit du hast nur zu zweit du hast es so zu machen ich kenne es nicht Oh, will ich den eigentlich gehitert habe? Was war denn das? Denk da, ich werde behindert, habe ihn gesnipet. Wo sind die aber? Der letzte, der erste Problem. Aber du bist gleicher Sniper. Du willst wissen, wo wir mit Alice zu Wana gespielt haben? Oh mein Gott. Ey, so fein ist, wir treffen nichts. Und, HIT! Nein! HIT! HIT! HAPPY GEHITED! HAPPY GEHITED! HAPPY GEHITED! HAPPY GEHITED! Wie jeder auf ihn geht! HAPPY GEHITED! HAPPY GEHITED! HAPPY GEHITED! HAPPY GEHITED! EINBOFF! HAPPY GEHIT! Es ist ein O& Us! Oh, dann geh Серbe zu Lama. Ja! Nein, nein! Wir geh' Pushしく, ist mir egal. Auf geht' ich, Pushi, cher mich einfach weg! Ohhhh... Ich sei zu zweit! Nur was sollen wir machen? Ihr seid so gut. Wir sind leider so gut. So gut sind wir. Ich heiße mir das eigentlich nicht. Was soll man machen? Alter, das scheint mir zu sein. Das ist ein Traferspiel. Ich habe mich selbst getötetet. Ich habe einen in meinen Hit gegeben. Ich habe mich selbst gekillt. Ich bin falsch anbekommen. Bist du erst komplett hoch? Nein, er hat doch einen Leder zum Leben. Ich bin ganz unten. Aber lass mich. Oh mein Gott, einer war genau bei mir. Er wurde gestimpt. Aber ich nicht. Ich habe ihn gestimpt. Ich habe ihn gestimpt. Ich schwöre, ich bin aus dem Sturm. Wie eklig war das? Ja! Boah, Alter hat sich gerade. Warte auf uns. Wir sind zwei Leute. Wie gut auf das käme. Wie gut auf das käme, ey. Boah, ich käme vor allem. Wie kommt das zu dir? Oh, ihr habt ihr Lust. Ey, ne, ich müsste noch ein paar Worte kommen. Wer denkt auch schnell los? Ich lebe noch. Du hast noch einen. Nein, ich habe noch zwei. Ja, doch, zwei. Schau mal, wo ich bin. Das wäre schon schön. Jetzt kommt man zu uns. Nein, ich komme nicht zu uns. Ich gehe weg. Ich suche ihn mal. Oh nein, ich will nicht so lange warten. Ich will ihn noch suchen. Wollt so einer Sache. Ich habe Gold ins Chaos. Ich hasse dich, ich hasse dich. Junge, wie ehrenlos krank. Nein, das ist doch ein Wacke. Da ist einer mit scheiß Boogiebomb gekommen, Junge. Wollt, bei mir war er noch ein Wacke. Ey, Tobias, ich war genau unter euch. Ja, toll. Da ist einer mit solchen Scheiß Bomben gekommen. Und er hat uns einfach unfähig. Mal schauen zu. Oh. 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 Alles. Oh. 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 Was spielt jetzt auch ein Sniper? Ey, das ist ehrenlos von euch. Hört auf, spielt fair. Das ist bitte, bitte, ich bin der Beste. Hier, hier, guck ich noch eins klar, hier. Oh, yeah. Ich hab euch das nette, ich nette. Nein. Doch. Boah, bist du zu ehrenlos? Halt deinen Schnauze, Alter. Seid zu ehrenlos. Junge, nein, ihr seid ehrenlos. Guck mal, wir sind noch mal zu zweit. Und dann wollt ihr uns da nehmen und so. Junge, ich hasse euch. Ich glock euch gleich, Junge. Ich glock euch gleich, Junge. Ich hab auch ne älte Emotionen. Was war das? Hab ihr einen gehittet? Habt ihr einen gehittet? Hat er einen gehittet, Wild? Halt schon sogar. Oh, lass dich von Luft kommen. Lass dich, Wild, lass dich kommen. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, reiß da unten, du bist richtig tot. Einer, komm. Einer, komm. Einer, komm. Einer, komm. Habe ihn. Nee. Ich blocke euch. Habe ich mir gerade gesagt. Einer hat gelieft. Einer hat gelieft. Einer, Elianto. Einer, komm. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab neun. Es sind neun Bälle, Wild. Hä, reiß, es kommt keinem Boot mehr. Ich blocke euch. Warum? Du gehst nach unten gehst. Ich schwöre, wenn du mich geblockst, ne? Ja, ich werd dich und reiß gleich blocken. Ganz ehrlich. Ja, Rom, was haben wir nur gemacht? Nee, nee, nee. Wir sind zu gut, Ryan. Weiß ich will nicht, dass er mich blockt. Ich bin jetzt tot. Ich bin auch tot. Hey, eins gegen eins. Ich bin in den Lobby gegangen. Aber eins gegen eins. Jetzt geht ja noch Lobby. Der kann doch nicht warten, Junge. Eins gegen eins. Ich schau, Elianto. Elianto gegen ein Gegner. Ich blocke euch gleich. Ganz ehrlich. Ihr spielt mit Sky. Kein Kenner, oder? Hä? Das ist doch unser Sohn. Na nee, da müssen wir hin. Und wenn die da hochgehen. Nee, das ist einfach nur ehrenlos. Ich hab's euch einfach. Jetzt hat der Teammate alle geklickt. Und was soll ich jetzt machen? Du bist doch kein Waffen holen. Ich blocke euch gleich einfach. Bis nie wieder, sag ich euch jetzt mal. Ja, Pech. Ja, dein Pech, Junge. Wir sind vergraben. Ich bin nerviger. Es töte ihn. Hallo? Du hast die töten. Ah ja, du kannst ihn holen. Wann werde ich dich auch glocken? Überall. Aber alle können sie töten jetzt. Alleine. Und Jack weg und geh. Ich alleine. Du bist eh gering. Wenn ich blocke, dann verlasse ich gleich. Dann kannst du jetzt schon mal verlassen. Ich werde dich auf WhatsApp glocken und auf... Ähm... Hä, was? Willst du das jetzt noch jetzt machen? Ja, mach ich gleich. Warum? Warum? Ja, weil du eben los bist, ne? Hä? Was hab ich nur gemacht? Naja, ihr benutzt es gern und so, hä? Digga, das ist doch ein Spiel. Das ist doch ein Spiel. Warum willst du mich dazu jetzt blocken? Das ist doch ein Scheiß-Spiel. Ich hab's gerade geschafft und war mal irgendwie voll irgendwo. Und ich block auf... Ich block mich gleich auf Fortnite und da und auf PS4. Und da ist gar keine Freunde mehr, hoh. Ich hab genug Freunde, glaub mir. Ja. Deswegen spielst du die ganze Zeit in Twilight. Digga, ich kenn dich zwei Jahre und machst du jetzt so. Machst du jetzt so und ich kenn dich seit zwei Jahren, Bruder. Killing jetzt. Ja, voll. Killing, killing. So wie ich dir das letzte gesagt habe beim TikTok. Jetzt machst du so. Ja. Ganz ehrlich. Wenn ihr so seid, dann bin ich auch so. Digga, das ist ein Spiel, nicht wegen... Dein Spielalter. Verdammt. Gehen. Du bist. Du bist. Du bist. Und es ist K. unter dir. Unter der Treppe. Ist K. Geh mal nach unten, das K. Geh mal nach unten, das K. Nein. Das ist das Toad. Was ist das? Ich hab gehört, wenn man seine Hand schnell hält, kann man Arzt. Ja, aber der ist kein Arzt für mich, was ist das jetzt? Mach auf! Du wirst nicht ausrasten. Mach auf! Ach, Mann! Kannst du eine Räder machen? Schau mal, kannst du das? Warte! Mann, ich werd nicht Arzt! Warte! Schau mal, ich werd nicht Arzt! Schau! Bist du das mal? Schau mal, ich werde nicht einen dividieren. Ach so! Ja, die Läder hat mich zu kijken und bin drin und bin los! Bist du das mal mit dir nicht erfüllt? Ja, die Läder sind trước. Bist du das mal? Bist du das mal? Nein! 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 Ah, na komm mal! Guck 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 mal! Strainier doch! Seine Freundinnen! Was braucht man das? Und das Ass? Ey, meine Schwester will jetzt einfach am Ass! Mit uns! Mit uns! Also ich, du und so alle! Tobias, sollen wir? Das ist traurig! So, sollen wir Tobias? So, sollen wir Tobias? Dann markierle sie weg, wenn du willst! Wenn du nicht willst, dann markierle Retro! Machier Retro, wenn du nicht willst! Okay, er will nicht! Sorry! Er will einfach nicht! Kann ich die Palm? Jaaaam! Ah, danke! Ah, danke Iris! Wir fallen! Wie der sich heilt und uns! Ja! Das ist dein Herz Tobias! Ja! Wo hättest du schon vor? Wie? Ein Junge, währendlos! Wer sich und uns heilt! Wie der sich heilt! Wo? Ja! Wo hättest du schon vor? macht da was er will wer hat mir das scheiß mädchen was ist ein fisch 0 woher na guck mal wie der ohne uns geht aber egal was er will er will echt haben und dann unten warte 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 ja geht uns alleine ich hab's gehört ja wir kommen ich guck da schieß reiß wir sind so ein Hund siehst du unter uns ist nix reiß lass uns nix hin Junge von der Seite Bruder Tobias wo bist du ist doch ein Kill haben wir uns wohl gesehen fernische einfach hab ihn kill wo ist er zwei Leute kill heimisch wo ist er trau scheiß auf den heilig du lass mir auch mal den loot hallo lass mir auch mal den loot wo ist er drei Begis ich hab drei Begis guck mal wie irrelos er ist und geht und looted ich bin zwei Begis und ein Minikir und ich bin gar nichts guck mal wie der loot guck mal wie warum bist du so irrelos sag mal ich hab zwei Leute gekillt und er hat gar nichts gemacht gar nix guck mal das ist verhalten ey wenn er einfach looten geht ich hab nix alter nix wie da mich hielen will aber hält er mich nicht zuerst geht er zum loot das war mein loot schön komm rein geh die heilung wenn er hingeht und ohne uns alter ok abkos f und hab ich jetzt nicht von nö komm der arme hat es mal von baby naja das seine schuld bin da halt du nix jeden loot laut und so ich hab nix gemacht gar nix ich hab alles ich hab zwei Leute gekillt und er ne er hat eingekillt er hat eingekillt ja ich hab zwei du wegen mir wegen mir alles wenn ich nicht wäre dann sind ich tot du ich werde geerbt gegner bei mir bei mir bei mir ist ein Gegner ich hab ein geerbt ich hab ein geerbt ich hab ein geerbt er kann die aufmachen sonst schieß ich ihn bei mir weil es ist ein profi weil es sind ein profi irgendwo endlich er macht die auf weil ich hab ein geerbt ich hab eine weil ich bin nicht gegen jetzt habe ich nur ein ding bekommen nein wie er ihn für nicht heilin er ist oben rein die du hast du warte 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 hat er so viele punkte das hier unten die ehrenlose runen Ein Bringf ich dannt. Er braucht nicht mehr Schmerz. Mann muss man die Schmerz. Ich hab dich hier nicht verstanden. Ich werde schon wieder mit den Schmerz. Ich werde die Schmerz. Die Schmerz ist ja, die Steine ist ja! Die Steine ist ja. Und wir werden auch die einen Schmerz. hey freilote ok c'est du un petit ah tu es freilote 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 und ich habe alles gemacht ja ich habe hier für euch stehens und ist hier zwei palms und hier sucht das stumke war auch für euch aber ich kann euch ja nicht alles geben wie seit zwei alter fünfmal stundgewehr für tobias achas sie das war ich das das ist eine motion im netz scheiß drauf schaffe ich das heiß ich bin in der mitte von sohn ich bin in der mitte von mir kommt beide zu mir einer von euch jeder alleine ich brauche den gewehr ist von tobias tobias nimm tobias nimm hier nimm du das und das und das und geh weg tobias kommt du nimmst und das und das und das nimmt auch stumm gewehr und jetzt kommt alle schweiß die schweiß die schweiß jetzt beide nicht ja aber schweiß schweiß du auf schweiß schweiß automatisch bei mir gar nichts nein schweiß gefickt die alle er er sagen komm reiß so los geht's ich schaue ich schaue ich schaue mit der crew digga was machst du da fahr fischangeln fischangeln gar nicht fangen oder kinder tschälen ich hole mich für den lootjob weil du heilig wenn eine heilung ist ich geburt beiden halt einer hat so gut geändert von mir ok sniper nicht schlecht bg mini ich guck mal wenn hier noch ein bg ist ja hier wahrscheinlich nicht die zwei minuten er weil du hast ja da mehr leben Ich hab nur für die Zahn Schmerz, aber egal. Weil ich auch besser bin. Ey, nein. Denken wir ihnen Gegner? Nee, nee. Ich weiß nicht. Komm, nimm doch Mini. Komm, nimm doch Mini. Ey, warum kommt der nicht mit? Schlepp dann das unschul. Wir haben so viele Arena-Punkte für ihn geholt. Das soll noch groß sein. Wer wird gejagt? Oder hab ich Kopfgeld? Ja, ich habe Kopfgeld. Ich habe Kopfgeld. Das ist der Neue. Das ist der Neue. Das ist der Neue. Ja. 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 Ich hab' einen Scheißschlaf, Alter. Ey, ich bin auch Gegner. Wollen wir die Gegner? Ich bin auch auf denen. Wollen wir auch auf denen? Komm auf den. Komm bei mit, kommt mit. Wir können auf den. Komm mal, wir gehen auf den. Die haben, du auch kommen. Erst Oka. Ey, komm aber, komm. Das alleine. Komm, die kämpeln oder nein, komm, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, diese drei Leute. Komm, Watt auf Woll, boi, weil es zu, boi, weil es zu, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Ich verstehe, ich verstehe. Komm, komm zu mir einfach. Hälf mir! Ey! Die haben auch nichts mehr und sie kämpfen und nur, ich mache nichts mit dir. Was ist mit dem mit dir? Scheiße, die mit. Scheiße, die mit, ich habe. Die Kinder sind weg, wenn ich ... Was soll ich weg? Beden Sie, ist es nicht klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Diese. Ich bin klar. Ich bin klar. Das waren Gegner. Sie haben uns gesehen. Ich wollte sie angreifen. Vielen Dank haben wir nicht. Kannst du meine Karte holen? Dann kriegst du eh nicht. Krieg ich Punkte aber? Nein. Nein, ich krieg das nicht, ja. Doch, ich hab Punkte. Tut dich, tut dich! Ja, Liam, ich alleine. Nein, nein. Sieg weg! Sieh ihn! Baba, unser Handy ist.